Liebe Christine, ich freue mich total, dass du für dieses Interview zur Verfügung stehst, weil du bist bei einem Global Player beschäftigt, bist Führungskraft da und ganz viele denken so, okay, Frau und Führungskraft, wie passt das vielleicht auch zusammen? Gerade auch in der Reihe mit den zum Thema Führung haben wir viele Männer nur im Interview gehabt und ich bin so froh, dass wir mit dir eine Frau quasi auch im Interview haben, die vielleicht auch Mut machen kann, Wege aufzeigen kann, wie es denn funktioniert, als Frau auch in einem großen Unternehmen Mitarbeiter zu führen und auch eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen. Vielleicht magst du dich gerade erst selber für die Studierenden vorstellen, wer bist du und was machst du gerade? Ja, sehr gerne. Liebe Anna, herzlichen Dank, dass ich hier einen kleinen Beitrag zu euren Betrachtungen zum Thema Frauen und Führungskräfte halten darf. So zu meiner Person, ja, offiziell Dr. Christine Vogtländer. Ich habe in Wirtschaftsinformatik promoviert, das heißt also, ich habe auch einen recht technischen Hintergrund, bin in die Wirtschaftsinformatik allerdings auch eine Quereinsteigerin, bin ursprünglich Diplomingenieur für Raum- und Umfeldplanung und das ist vielleicht schon so der eine Punkt oder ein Punkt, wo ich immer ganz gerne auch mit adressiere, wenn es darum geht, ja, Frauen in technischen Themen. Ich hatte das ganz große Glück, dass ich eigentlich immer Leute gefunden habe, die mein technisches Interesse einfach ernst genommen haben und unterstützt haben. Und in dem Zusammenhang einfach auch so ein bisschen, warum bin ich da, wo ich jetzt bin? Ich habe nach meinem Studium der Raum- und Umweltplanung, wo ich mich viel mit Geoinformationssystemen beschäftigt habe, in Forschungsprojekten gearbeitet habe, sehr intensiv auch mit dem Thema Software Engineering in meiner ersten Position beschäftigt, war dann in einer kleineren Beratungsfirma, wo ich Kundenprojekte geführt habe im Automobilbereich zum Thema E-Learning, EHR, habe da eigentlich auch relativ schnell Verantwortung für ein Projektteam, später auch für ein eigenes Team übernommen, habe mich dann entschieden, in Wirtschaftsinformatik zu promovieren, um sozusagen diese formale Qualifikation noch mit draufzusetzen. Da kommen wir bestimmt noch mal dazu, zum Thema ernst genommen zu werden mit dem, was man thematisch vertritt. Und bin dann nach der Promotion, nachdem ich das, oder noch während der Promotion, dann von der SAP angesprochen worden, ob ich mir eine Position eben in dem Bereich auch, ja, HR vorstellen kann. Das war so ein bisschen in Kürze mein Weg hier in die SAP. Das war vor zwölfeinhalb Jahren. Meine momentane Rolle ist auch ganz offiziell, ich bin Project Director für globale Projekte im HR-Umfeld, die strategisch sind, die mit relativ großen Teams bestückt sind. Also ich sage immer so zwischen 5 und 120 Leute gehören damit dazu. Da kommen wir schon auch ganz schnell in das Thema Leading without Formal Authority. Da können wir auch vielleicht noch mal reinspringen, weil das ist noch mal eine ganz andere Form des Führens, die ich momentan praktiziere. Aber das ist das, was ich momentan tagtäglich mache. Total spannend, weil da sind schon x Fragen, die diesbezüglich dazu kommen. Also es geht zum einen um digitale Führung, um Führung von Großteams, Führung als Frau, vielleicht auch Führung in einem sehr vielleicht männerlastigen Bereich. Also das heißt, es sind viele Ansatzpunkte, über die ich auch gerne mehr erfahren würde. Und ich glaube, das hilft auch ganz vielen Studierenden so zu gucken, okay, wenn ich dann an so einer Stelle stehe, wo es die Möglichkeit gibt, wie gehe ich dann den Weg weiter. Und vielleicht bevor du zur SAP gekommen bist, hast du ja die erste Führungserfahrung so sammeln können. Hattest du da irgendwie Begleitung, wie Führung aussehen kann oder hat man einfach gesagt, okay, jetzt ist da dein Team, jetzt darfst du einfach mit denen arbeiten? Also es war eher das Letztere. Es war eben eine Situation, dass es ein relativ kleines Unternehmen war. Es war ein Startup-Unternehmen. Der Projektleiter, wo ich mein erstes Projekt hatte, ist relativ überraschend aus dem Unternehmen ausgeschieden. Und da gab es eben ein sehr, sehr großes Kundenprojekt mit einem sehr großen Volumen. Und dann ist es ja immer so nach dem Motto, unter den Blinden ist der einäugische König. Und ich glaube, ich bin einfach auch jemand, der sehr schnell die Hand hebt. Als es darum ging, wer kann dieses Team führen, wer will es führen, war ich eigentlich diejenige, die gesagt hat, ich mach das. Teilweise glaube ich einfach auch aus diesem Blick heraus, das ist jetzt meine Chance, weil ich bin quasi als Quereinsteiger reingekommen. Ich habe da Erfahrung gesammelt. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ich immer wieder so in meiner Karriere gelernt habe. Man muss nicht immer 100 Prozent verstehen, was eigentlich von einem gewollt wird, sondern man muss auch mal den Mut haben zu sagen, ich mach das jetzt. Und so bin ich quasi in diese Position gekommen. Ich habe echt, das muss ich auch sagen, unter Schmerzen gelernt. Also es war eine ganz harte Zeit für mich, weil der Kunde auch zu mir gesagt hat, sehr Männerdominiert, Automobilindustrie. Der hat dann gleich zu mir gesagt beim ersten Termin, ja, also ihren Vorgänger, den werden sie mir hier nicht ersetzen können. Und das war natürlich ein ganz tolles Intro. Ich habe da auch versucht, das für mich zu verarbeiten in dem Sinne, dass ich glaube, ich auch im Studium und auch so von meinem familiären Umfeld eigentlich immer bestärkt wurde da drin, Frauen und Technik ist kein Widerspruch. Also ich kannte das nicht, ja. Also das ist mir nie, nie irgendwie signalisiert worden. Und ich glaube, deswegen habe ich da einfach auch gedacht, so und jetzt erst recht. Hatte auch ein tolles Team, das muss ich auch dazu sagen. Das Team, was ich von meinem Vorgänger übernommen hatte, war eine Mischung aus Beratern und sehr erfahrenen Entwicklern. Und ich glaube, weil ich wirklich ernsthaftes Interesse immer schon für ihre Arbeit gezeigt hatte und versucht habe auch offen zu sagen, hört mal, für mich ist das eine ganz neue Situation, aber wir machen das zusammen, habe ich sehr, sehr viel Unterstützung aus dem Team erfahren. Weniger von der Unternehmensführung, weniger von Kunden, aber ich glaube, da beißt man sich dann irgendwann durch. Hast du diesbezüglich auch schon direkt einen Tipp, weil nicht jeder hat das so in die Wiege gelegt bekommen, so vom Umfeld, sondern für viele, die gehen in den Arbeitsmarkt rein und werden dann mit solchen Widerständen konfrontiert, egal ob jetzt von Auftraggeberseite oder von anderer Seite. Und dann ist es ja ganz naheliegend, dass man sagt, okay, ich gebe jetzt auf, anstatt dass man versucht, dran zu bleiben. Also ich denke, es geht darum, was man sich persönlich auch im stillen Kämmerlein wirklich zutraut. Ich glaube, dass es ganz oft ist und ich wehre mich zwar immer so zwischen dieses Frauen machen oder Männer machen, aber ich sehe es einfach auch, dass wir Frauen, sage ich jetzt ganz bewusst, viel eher uns wegbeißen lassen, wenn jemand einfach sieht, er will einen Mann haben oder da kommt vielleicht eine sehr junge Frau. Ich bin ja auch nicht groß, also ich war dann eine sehr junge, sehr kleine Frau und habe dann wirklich so zwei Metermänner vor mir stehen gehabt, die quasi mir gesagt haben, das kriegst du eh nicht auf die Reihe. Und ich glaube, da muss man für sich versuchen, eine gesunde Resistenz zu entwickeln. Man muss sich aber auch im Klaren sein, ob man das langfristig durchhält. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ehrlich zu sich zu sein. Sich auch an der Stelle privat oder aus dem Freundeskreis Sparringspartner zu holen, mit denen man auch mal Situationen durchspricht, mit denen man auch reflektiert, wie eine Situation gelaufen ist. Das war auch was, was mir am Anfang sehr viel geholfen hatte. Ich hatte noch aus dem Studium Freunde, mit denen ich das einfach, wenn ich so frustriert war, durchgesprochen hatte. Und die mich dann eigentlich auch darin bestärkt haben und gesagt haben, hey, du schaffst das. Und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, sich Verbündete zu holen, mit denen man sprechen kann und mit denen man auch offen diese Frustration und diese Widerstände ansprechen kann. Ja, danke für diesen wertvollen Tipp, weil das kann ja quasi jeder in irgendeiner Art und Weise sich krassenden Menschen suchen und das trägt dann auch durch diese schwierigen Zeiten durch. Jetzt ist es so, dass du dann bei SAP gelandet bist und wie wird da mit Führung umgegangen? Also gerade für die, die ja nur vom Namen kennen, ist es vielleicht auch spannend, wie wird so ein Großkonzern geführt? Gibt es da Vorgaben? Gibt es Unterschiede in den unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen? Also ich muss insgesamt sagen, dass ich das Unternehmensumfeld hier gerade aus Diversitätsgründen und gerade auch was ein Umfeld angeht, was Frauen mit Familie, also ich habe selbst zwei Kinder, es wirklich erleichtert in Führungspositionen oder ich sage jetzt auch mal in verantwortungsvolle Aufgaben zu kommen. Ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen auch als Hintergrund sehen. Ja, es ist ein globales Unternehmen, aber es wird unter dieser Maßgabe geführt. Was ich jetzt hier auch nicht nur als Wortschülse sehe, so bring everything you are, become everything you want. Also es wird einem ganz viel ermöglicht, sei es Homeoffice, sei es Scattered Working Hours. Das heißt also, ich arbeite teilweise sehr viel am frühen Morgen bis frühen Nachmittag, dann mache ich Pause, arbeite sehr viel abends. Das passt halt für mich vom Rhythmus her. Führungspositionen werden auch als Co-Leadership ausgeschrieben. Das ist auch zum Beispiel was, was eigentlich durch den Konzern geht, vielleicht in manchen Board Areas mehr, in manchen weniger, dass man sich auch Führungsaufgaben teilt. Also ich kenne selbst zwei Damen, die sich eine sehr hohe Führungsposition teilen. Das klappt inzwischen ganz gut, wird auch akzeptiert. In dem Sinne Vorgaben würde ich es jetzt nicht nennen, wie man zu führen hat, aber ich glaube, es sind nach wie vor trotzdem flache Hierarchien. Es ist nach wie vor ein Umfeld, wo man relativ frei auch sprechen kann und auch sich frei artikulieren kann, wo sind die eigenen Restriktionen. In Zeitverfügbarkeit oder die Kinder sind auch mal krank oder, oder, oder. Und ich glaube, wenn dieser Respekt dem nicht gegenüber gebracht ist, hat man es als Frau extrem schwer, weil dann werden Meetings dann durchgeführt, wo man garantiert nicht kann. Dann wird man von Informationen ausgeschlossen. Und das ist etwas, was ich hier nicht erlebe. Wie gesagt, also ich kann halt nur für meinen Bereich sprechen, für meine Erfahrung, aber diese Fairness halte ich für elementar, um es jetzt mal auch als Frau diesen Spagat auch hinzubekommen. Vielleicht so als letzter Punkt zu deiner Frage, ob es Führungsvorgaben gibt an der Stelle. Natürlich gibt es für Manager ganz klare Handreichungen, was eben für die Mitarbeiter möglich ist. Ganz klar auch, was ihnen in Anführungszeichen zusteht an Flexibilität und so weiter. Aber ich glaube einfach, weil es von Unternehmensführung und auch von der Personalleitung so massiv auch propagiert wird und so massiv gepusht wird und gefördert wird. Es gibt auch Karriereveranstaltungen für Frauen innerhalb des Unternehmens, gibt es Programme. An einem habe ich selber auch teilgenommen, was sich nur an weibliche Führungskräfte gewandt hat und auch viele sich dadurch weiterentwickeln konnten. Also das ist sozusagen als Schlusspunkt von meiner Seite zu der Frage. Es kommt ganz massiv darauf an, wie das Umfeld das nicht nur propagiert, sondern auch lebt und ermöglicht. Jetzt hast du ja ein Team, was auch global agiert. Wie funktioniert das da? Weil bekannt ist ja, dass bestimmte Länder andere Wertvorstellungen haben, andere Arbeitsweisen haben. Wie gehst du denn mit solchen Dingen beispielsweise um? Oder wurdest du auch spezifisch geschult für verschiedene Länder, was es zu beachten gibt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Schulungen für bestimmte Länder habe ich die ganze Zeit nie gemacht. Ich glaube, es geht ganz viel darum, dass man jedem den Respekt entgegenbringt, den man auch selber haben möchte. Also wenn ich beispielsweise mit Kollegen aus Singabur zusammenarbeite, dann bin ich sehr vorsichtig, was so in dem Plenum mit direkter Kritik beispielsweise angeht. Also so diese ganz offensichtlichen Sachen. Ich versuche dann auch sehr viel mit Kollegen erstmal einzeln zu sprechen, auch aus anderen Ländern, um einfach diese kulturellen Besonderheiten, wo noch die persönlichen Besonderheiten und Präferenzen dazukommen, zu verstehen. Klar gibt es interkulturelle Schulungen und klar gibt es Schulungen zum Thema Diversität. Ich glaube aber auch wiederum, dass wir als Unternehmen so eine Kultur des Miteinander-Umgehens haben. Das heißt also eben auch nochmal auf den Punkt des Respekts zu kommen, dass ich beispielsweise auch, wenn ich jemand aus dem arabischen Raum hatte, das hatte ich auch in einem meiner vorherigen Projekte. Da ging es darum, dass man ein Visual, also ein Bild für das Marketing auswählt. Und da waren halt zufällig Frauen, also unverschleierte Frauen mit drauf. Da kam die Kollegin und hat auch gesagt, also das kann ich einfach nicht, nirgends irgendwo anbringen oder so. Und dann überlegt man eben auch gemeinsam, wie schafft man im globalen Projekt eine lokale Lösung. Manchmal braucht man ein bisschen mehr Zeit, gerade wenn man viele Nationen auch hat. Das funktioniert aber, glaube ich, ganz gut, weil wir alle sehr darum bemüht sind, zu verstehen, wie der andere ja von seinen Werten näher ist. Wie gesagt, das dauert manchmal, aber mein Punkt ist eigentlich, dass ich bei Themen, wo ich denke, das krisselt so ein bisschen oder ich kriege den Bezug zu demjenigen nicht, dass ich wirklich ins persönliche Gespräch gehe. Da sind wir auch schon bei diesem Thema Krisenmanagement. Welche Tools oder was gibt es jetzt auch vielleicht vorbereiten für Studierende, die sagen, okay, ja, Führungskraft, das will ich auch werden. Ich habe aber Sorge, weil ich gar nicht weiß, was ich mache, wenn jetzt mal eine Krise kommt. Wie geht es damit um? Hast du da irgendwelche Tools, was man da konkret tun kann? Also ich, was mir geholfen hat, aber das war quasi vor meiner SAP-Zeit schon, ich habe mich ganz viel mit dem Thema interkulturelles Management oder interkulturelle Führung beschäftigt, weil mich das einfach auch interessiert hatte. Wir hatten im Studium auch ein sehr internationales Umfeld, obwohl das eigentlich so Raum- und Umweltplanung, das ist ja ein sehr, wie soll ich sagen, hands-on teilweise Studium. Also wie gesagt, wir hatten ganz viele, auch verschiedene Studierenden aus verschiedenen Ländern und da habe ich einfach mal angefangen, mich damit zu beschäftigen. Was heißt das denn, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der nicht so sozialisiert ist, wie ich es bin? Und das war eigentlich wirklich am Anfang Theorie. Und da gibt es inzwischen, glaube ich, ziemlich gute Literatur dazu, was ich interessant fand, weil ich viele koreanische Freunde hatte, wie du ja auch weißt. Ich hatte ein paar Bücher über Doing Business in Asia, weil das ganz anders von den Verhältnissen waren und das hat mir einfach auch teilweise geholfen, meine Kommilitonen in Projektarbeiten und so weiter anders auch zu verstehen. Und ich glaube, als Studierender, wenn man die Chance hat, in kleinen Projekten teilzunehmen, sei es als HIV, sei es in irgendwelchen studentischen Verbünden, sich irgendwie in der Unternehmensberatung beispielsweise engagiert, macht es immer Sinn, sich dann doch auch mal ein bisschen mit der Theorie zu beschäftigen, weil das lässt einen nicht ganz so unvorhergesehen in die Praxis kommen. Was ich auch noch sehr hilfreich finde an der Stelle, ist auch noch mal die eigenen Werte zu reflektieren, also wie möchte ich geführt werden? Also möchte ich, dass jemand sehr transparent mit mir ist? Brauche ich viel Freiheiten? Brauche ich genaue Vorgaben? Also auch noch mal über sich selber klar zu werden. Nicht nur, wie führe ich? Der erste Schritt geht ja meistens, wie werde ich geführt? Aber es macht immer Sinn, sich auch darüber Gedanken zu machen, was möchte ich denn? Weil das hilft mir dann auch zu reflektieren, wenn ich sage, ich möchte wertschätzend geführt werden, ich möchte sehr viel Freiheiten haben, ich möchte Ziele ganz klar kommuniziert bekommen, dass man das dann vielleicht in seine erste Führungsaufgabe, sei es im Projekt, sei es in der Gruppenarbeit, wirklich einfach mal beispielhaft überträgt. Und man schaut, wie man damit zurechtkommt. Könntest du das für dich sagen, wie, also vielleicht auch anhand einer Führungstheorie, wie dein Führungsstil ist, für den du dich entschieden hast? Also ich habe mich für einen kooperativen Führungsstil entschieden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Manager oder eine Führungskraft unter anderem auch dazu da ist, das Team und jeden Einzelnen zu dem Punkt zu bringen, dass er at its best ist. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Philosophie, warum ich mich für dieses, mehr dieses kooperative Führen entschieden habe. Ich sehe mich oft auch als Coach und als Mentor für die Mitarbeiter im Team. Im Zweifelsfall sind sie die Experten und ich bin dafür zuständig, dass ich ihnen ein Umfeld schaffe, dass sie diese Fähigkeiten und Fertigkeiten auch tatsächlich zutage bringen. Funktioniert in so einem Umfeld, wie ich mich bewege, erstaunlich gut. Ich sehe mich aber auch in einer Führungsrolle, die sehr stark auch an Schnittstellen ist. Also ich glaube, das ist auch was, wo du eigentlich in jeder Führungstheorie findest, du bist quasi an einer Schnittstelle, bekommst sowohl Druck von unten vom Team als auch Druck von oben vom Upper Management. Und an der Stelle habe ich mich eben auch aus Erfahrung und auch aus persönlicher Überzeugung eigentlich für einen sehr transparenten Führungsstil auch entschieden. Das heißt also, ich kommuniziere ganz klar, wenn was nicht richtig so funktioniert, wie ich denke. Ich kommuniziere auch ganz klar, wenn ich Entscheidungsbedarf habe. Aber natürlich ist meine Rolle auch dem Team natürlich den Rücken freizuhalten. Und wie gesagt, deswegen tue ich mir persönlich, das vielleicht so als kleine Bemerkung, deswegen tue ich mir mit autoritären Führungsstilen oder stark hierarchischen Führungsstilen extrem schwer. Also das wäre kein Umfeld für mich. Total spannend. Viele haben da gerade im Hinblick auf Führung und dass das überhaupt möglich ist. Also du erzählst ja auch, du hast ja teilweise die Rolle eines Coach, eines Mentors und versuchst wirklich das Umfeld zu bieten, damit jeder Mitarbeiter wirklich sein Bestes geben kann und sich da auch enthalten kann. Und viele sagen, das geht gar nicht nur online, sondern dafür muss man sich auch auf persönlicher Ebene treffen. Wie ist das bei dir? Ja, also ich muss sagen, idealerweise fände ich es besser, wenn ich mit jedem Mitarbeiter diese persönliche Bindung aufbauen könnte. Jetzt ist es so, dass ich natürlich in meinen Projekten, die ich habe, auch immer wechselnde Teams habe. Das heißt, also manche Kollegen kenne ich persönlich, weil sie in Waldorf sitzen. Andere kenne ich, weil ich den Standort schon besucht habe. Aber es kommt eben leider oft vor, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich noch nie persönlich getroffen habe. Was ich dann ganz viel mache, ist eigentlich auch das, was wir gerade heute machen, Video mit dazu nehmen. Das heißt also, ich versuche am Anfang sehr viel über ein persönliches Gespräch, eine Zunahme von Video, dass man so ein bisschen die Körpersprache kennenlernt, dass man diese persönliche Bindung herstellt. Ist aber, ja, gebe ich auch ganz offen zu, wesentlich schwieriger. Das scheitert eben hier an vielen Stellen, dass eben Reisekosten nicht für diese persönliche Zusammenarbeit zur Verfügung steht. Es ist auch ganz oft so, dass sich Teams niemals selbst, also wirklich on-site sehen, sondern dass viele Teams, auch feste Teams, also die, die einem festen Manager zugeordnet sind, sich auch gar nicht treffen, sondern dass es auch virtuell geht. Ich glaube, dass da diese persönliche Komponente nach wie vor zu kurz kommt. Aber wir versuchen es ganz viel eben in diesem Online-Raum zu machen, indem wir ähnliche Tools übertragen. Das heißt also, wir machen beispielsweise auch in den Teams, so ist der Betriebsrat dann erlaubt, wenn wir in internationalen Teams sind, sowas wie den MBTI oder Persönlichkeitstests oder How to Work with Me. Also, dass man sich vorstellt, was ist mein Führungsstil oder was ist mein Arbeitsstil. Was wir auch viel versuchen, ist in diesem persönlichen Kennenlernen, was ist mein privates Umfeld, wenn es jemand teilen möchte. Also, was sind vielleicht persönliche Leidenschaften. Also, ich habe eine Kollegin, die ist der absolute Hundemensch und für die dreht sich privat alles um dieses Thema. Wenn ich das weiß, habe ich natürlich auch immer einen guten Einstieg. Ich habe andere Kollegen, die sind extrem Sportler, auch gut zu wissen, weil es auf eine gewisse Art zu arbeiten schließt, auf eine gewisse Art von Persönlichkeit. Also, es passiert ganz, ganz viel, dass man wirklich in diese Kennenlernphase investiert, auch wenn es eben nicht dann in einem Raum ist. Das wäre direkt die nächste Frage gewesen. Also, das heißt, ihr habt spezifisch Zeit dafür, dass ihr in eurem Team euch auch kennenlernen könnt, bevor direkt kommt hier das und das sind die Aufgaben, die zu erledigen sind. Also, das heißt, das wird bewusst auch eingeplant. Ja, ja. Auch das kommt natürlich wieder auf den einzelnen Manager an, aber der Großteil macht es wirklich. Weil du brauchst diese Bindung und du brauchst dieses persönliche Verhältnis, damit du dann auch in Zeiten, wo es wirklich um ein gewisses Tempo geht, auch Vertrauen darauf, dass der Einzelne mir was liefert, dass es einfach auch da ist. Da vielleicht noch eine Seitenbemerkung. Bei uns ist das Thema Trust, also Vertrauen, ein wichtiges Thema. Also, da gibt es auch Schulungen dazu. Das ist auch in vielen Trainings zum Thema Leadership ein Element. Nämlich, wie schaffe ich es, auch im virtuellen Raum Vertrauen aufzubauen. Und das ist extrem schwierig, aber eben auch extrem wichtig, weil wenn dieses Vertrauen eines Teams in den Manager oder in die anderen Teammitglieder nicht da ist, dann ist man nicht at its best. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und manche, also Vertrauen und Kontrolle, das ist eigentlich konträr, aber geht manchmal einher. Ist es so, dass du jetzt sagst, okay, mit deinen Teams hast du jede Woche oder jeden Tag einmal so ein bisschen Austausch, um zu wissen, was machen die gerade? Oder ist es okay, dass ihr euch für bestimmte Meilensteine verabredet und dann wieder kontaktlich miteinander aufnehmen? Also, ich mache mit dem Team jede Woche einen True Fix, weil ich das wichtig finde, dass jeder weiß, was der andere so tut, dass man frühzeitig Probleme identifiziert, weil da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu dem Thema interkulturelle Präferenzen und interkulturelle Kommunikation. Der eine adressiert früher, der andere später. Also von daher sorge ich schon dafür, dass wir einmal pro Woche sprechen. Der Balance zwischen Vertrauen und Kontrolle. Ich bin auch jemand, der abfragt in dem Sinne, dass ich vielleicht nicht direkt im Meeting so kritisch bin, sondern was ich oft mache, ist, dass ich ein, zwei Tage vor einem Auslieferungsdatum die Leute anschreibe und sage, Due Date ist jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der 14. November. Wie sieht es aus? Morgen ist Team-Meeting. Schickst du mir heute noch was? Oder bis wann kann ich das haben? Es ist extrem wichtig. Also ich versuche quasi, das Team-Meeting dann wirklich dazu zu nutzen, den Status gemeinsam zu besprechen. Ich erinnere aber die Leute vorher auch nochmal dran, dass sie wirklich dann vorbereitet sind. Was ich auch viel mache, ist, dass ich regelmäßige Einzeltermine habe, also One-to-Ones, beispielsweise mit den Workstream-Leads oder mit den Themenverantwortlichen, damit man wirklich auch im Gespräch bleibt und auch sieht, wie ist der Status, weil wir halt wirklich teilweise über Themen sprechen, die ganz viele Schnittstellen haben, auch außerhalb von HR. Also muss ich im Grunde dieses klassische Managen, das würde ich nicht als Leadership bezeichnen, sondern es ist einfach dieses Managen. Das muss man, ja, ich meine, so ein bisschen im Hintergrund machen, damit die Sachen beikommen, man aber trotzdem eben auch auf diese verschiedenen, ja, Präferenzen mit eingehen kann. Jetzt gibt es ja auch eine Entwicklung, kriegt ihr die auch so mit, also dass sich Führung auch verschoben hat, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, Führung vor 10, 20 Jahren ist eine andere, als es einfach heute ist. Was sind da deine Erfahrungen zu dem Thema? Also würde ich auf jeden Fall sagen, also ich finde, es geht, auch wenn es ein Schlagwort ist, mehr in die Richtung agil. Das heißt also, man versucht in kürzeren Zyklen auch zu planen, zu Prototypen, man versucht auch in Projekten oder in globalen Projekten das Team mehr auch in die Verantwortung mit reinzunehmen, schneller Dinge auszuprobieren, schneller zu pilotieren und auch die Verantwortung mehr dem einzelnen Experten zu übergeben, weil im Zweifelsfall ist es derjenige, der sein Thema aus dem FF kennt. Und ich finde, das ist schon auch eine Veränderung, die ich sehe. Auch das Thema, auch da kommen wir wieder zum Thema Trust, also Vertrauen. Dieses Verständnis eines Managers, dass das Team mir vertrauen muss, um effektiv zu sein, ich glaube, das hat sich auch in den letzten zehn Jahren festgesetzt. Also es war auch vorher, vielleicht vor zehn Jahren, nicht mehr der Patriarch, der oben drüber saß und dafür gesorgt hat, dass nicht zehn da fragt wird, sondern einfach nur ausgeführt. Und was ich sagen würde, ist, auch ohne jetzt zu generalistisch zu sein, dass Frauen auch anders führen, also mehr Partizipatie führen, das heißt nicht weicher, sondern andere Trigger nehmen, um das Team dazu zu bringen, letztendlich auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Ich glaube auch, dass das in das Team hineinschauen, auch zu versuchen, spezifische Präferenzen und Fähigkeiten und Fertigkeiten und Arbeitsstile zuzulassen, dass Frauen da offener sind. Aber wie gesagt, ich würde das nie als weicher bezeichnen, sondern ich fordere das dann aber auch ein. Das heißt also, wenn ich quasi mit jemandem vereinbart habe, das ist die Art und Weise, wie er arbeiten kann, dann erwarte ich auch, dass geliefert wird. Und wenn das nicht kommt, dann muss man eben diese Art zu arbeiten nochmal neu besprechen. Und ich glaube, dass ein Unternehmen das auch gut tut, wenn mehr Frauen in Führungspositionen kommen, weil da auch solche klassischen Muster wie dieses, ich renne voraus und alle folgen mir, weil ich weiß, wo es lang geht, dass sich das langsam auflöst. Und von daher, das hatten wir ja ganz am Anfang auch, glaube ich, auch muss man seiner Art treu sein. Das heißt also, man muss auch schauen, dass man sich wohlfühlt in dieser Rolle und nicht versucht, was zu adaptieren, was man bei jemand anderem gesehen hat. Bei dem funktioniert das vielleicht, das vorne rausrennen und alle folgen. Aber es ist nicht der eigene Stil. Und das ist im Grunde auch was, wo ich sage, da hat sich Führung auf jeden Fall verändert. Jetzt bist du ja im HR-Bereich tätig und beschäftigt ihr euch auch mit der Arbeitskraft von morgen? Also quasi, um auch als Arbeitgeber attraktiv weiterhin zu sein und auch weiterhin Mitarbeiter gewinnen zu können? Also, dass ihr auch sagt, okay, zukünftig wird es wahrscheinlich in die und die Richtung gehen. Ja, also definitiv. Ich glaube auch gerade als IT-Unternehmen ist das unerlässlich, dass ich mich mit dem Markt der Zukunft beschäftige. Also es gibt schon große strategische Initiativen. Wo wollen wir 2025 sein? Wo wollen wir 2030 sein? Und der HR-Bereich muss natürlich verstehen, wo wir strategisch hinwollen. Das ist ein ganz großes Thema, unter anderem in der Recruiting-Organisation. Wie spreche ich die Talente von morgen an? Aber ich kann eben die Talente nur ansprechen, wenn ich weiß, welche Skills ich brauche. Und da wird ganz, ganz viel rein investiert. Also sei es jetzt in Market Research, sei es jetzt in strategische Initiativen, sei es jetzt auch in Karrieremessen, sei es in Early Talent Programme. Das heißt also, dass man sich quasi die sehr jungen Leute noch ins Unternehmen holt und sie im Grunde auf diese Fähigkeiten hin entwickelt, die man dann 2025, 2030 braucht. Das ist also so das eine Thema. Ich würde es so unter das ganze Thema des Workforce-Management zusammenfassen, weil Workforce-Management ist ja eben nicht nur darauf ausgerichtet, wie bringe ich Leute ins Unternehmen, sondern ich habe ja noch einen ganz großen Stamm an Mitarbeitern, die vielleicht heute Aufgaben machen, die sie morgen eben nicht mehr machen, weil die Aufgaben nicht mehr gebraucht werden, weil es neue Technologien gibt. Also beispielsweise von dieser On-Premise-Welt in die Cloud. Also da brauche ich ganz andere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber auch da muss ich eben schauen, wie entwickle ich diese Fähigkeiten derjenigen im Sinne einer persönlichen Weiterbildung, aber eben auch vor allem im Sinne, das Unternehmen dann auch zukunftsfit zu machen. Und wie gesagt, da wird ganz, ganz viel getan im Moment. Du hast gerade die Fähigkeiten und Kompetenzen angesprochen. Und das ist ja auch eine Sache, die die Universität immer interessiert. Also welche Kompetenzen benötigen letztendlich die Führungskräfte von morgen oder die Mitarbeiter auch von morgen? Hast du da so ein paar Kompetenzen, wo du sagst, das wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn man die berücksichtigen würde? Also was ich, klar, in einem IT-Unternehmen ganz klar die Neugierde auf Technologien, die Neugierde dessen, was im digitalen Umfeld passiert. Also gerade auch dieses Digital Transformation, sich klaren zu sein, die Technologie, die ich vielleicht jetzt im Studium gelernt habe, die ist schon in fünf Jahren völlig outdated. Wenn ich da auch als kleines Beispiel, ich habe im Studium noch mit Perl programmieren gelernt und Java programmieren, mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Ich mache eben ganz andere Dinge. Also ich glaube auch dieses Sich-im-Klaren-Sein, dass ich mich mit dem Schritt permanent weiterentwickele. Also so eine Flexibilität, eine große Neugier. Ich glaube, das ist unerlässlich, völlig themenunabhängig. Und ich glaube, auch als Führungskraft muss man in diesem Umfeld sehr offen sein, was Change angeht. Also es ist ein sehr dynamisches Umfeld. Teams werden neu zusammengestellt, Themen werden neu zusammengestellt, Technologien kommen neu dazu. Und durch diesen Prozess, unabhängig auch wieder von dem Thema, muss sich das Team ja manövrieren. Ich muss die Leute mitnehmen, vielleicht manche mehr, manche weniger. Ich muss ein gutes Gespür dafür entwickeln, wie ich mich operativ auch an der Strategie entwickle. Und ich meine, du hörst schon so ein bisschen von mir, das sind mehr Persönlichkeitsmerkmale. Das ist jetzt weniger, dass ich sage, du musst Ahnung haben von Datenbanken in der Cloud oder du musst Ahnung haben von, was weiß ich, AI oder Machine Learning. Ich glaube, man braucht wirklich diesen Spaß und diese Neugier, dass sich technologisch so viel verändert, dass man das mitgestalten will. Aber eben das Führen in so einem Umfeld heißt, permanent sich auf neue Herausforderungen einzulassen, ohne den Mensch im Team zu verlieren. Das ist super spannend, dass du das so erzählst, weil ich glaube, der Druck bei ganz vielen Studierenden ist ja nur, diese ganzen Fachkompetenzen zu haben und überall die besten Noten, weil sie sonst denken, sonst kriege ich nirgendwo eine Arbeitsstelle, wenn ich das nicht habe. Und dass das natürlich auch auf andere Kompetenzen und Qualitäten zusätzlich noch ankommt. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe eine Zeit lang mit den Kollegen aus dem Early Talent Programm zusammengearbeitet und natürlich guckt man auf die Noten, wenn jemand sich bewerbt. Aber ich finde es auch ganz wichtig, hat derjenige sich vielleicht in irgendwelchen studentischen Projekten engagiert, hat derjenige sich vielleicht neben dem Studium noch in irgendwelchen, was weiß ich, ehrenamtlichen Dingen engagiert. Wie tritt derjenige auf, wenn er hierher kommt? Also klar, natürlich, wenn ich mich auch da wieder Beispiel beim IT-Unternehmen bewerbe, dann sollte ich in den technischen Themen schon entsprechende Leistungen gebracht haben, damit man einfach auch sieht, das ist das Interesse. Ich gucke aber wirklich auch sehr stark auf diese Persönlichkeit und frage die Leute eben auch so ein bisschen, wie gehen sie mit in der Gruppe um? Also wenn es darum geht, in der Gruppe zu arbeiten, sind es jetzt wirklich die absoluten Einzelkämpfer oder die Narzissen, die sich für fachlich super halten, aber wenn ich sie in ein Team tue, funktioniert es hinten und vorne nicht, weil sie einfach nicht in der Lage sind, sich in ein Team so zu integrieren, dass sie entweder in so eine Führungsrolle wechseln oder in eine Expertenrolle wechseln, kann derjenige sich auf andere einstellen. Und das finde ich eben auch ganz wichtig. Das sind vielleicht nicht unbedingt Fähigkeiten, die man im Studium in Papier mitbekommt, aber ich glaube, das ist auch wert, sich auch da wieder über seine persönlichen Präferenzen und Stärken klar zu sein im Studium, weil je nachdem, in welchem Umfeld ich mich später bewerbe, ist es ein großes Plus, wenn ich das eben auch in einem Gespräch schon, sag ich jetzt mal, mit einfließen lassen kann. Also wie möchte ich arbeiten, was für ein Typ bin ich, macht beispielsweise auch wiederum so ein kleiner Tipp, den ich mir selber zu Herzen genommen habe. Ich habe einen ganz tollen, sehr erfahrenen Kollegen, der hat sich mal einen Einseiter erarbeitet, und da steht drauf, how to work with me, wie arbeitet ihr mit mir. Und da steht dann zum Beispiel, dass er Ziele gesetzt haben möchte, die erreicht er aber von selber. Da steht drin, dass er gerne eher früher als später von Katastrophen hört. Und ich finde, wenn man sich im Studium schon klar ist, wie arbeite ich gerne, auch wieder zu dem Thema von vorhin, wie möchte ich geführt werden. Und ich glaube, das ist ein großes Plus, wenn man dann auch sich in eine Rolle hinein entwickelt. Und das geht, wie gesagt, für mich weit über das Thema raus, was steht letztendlich auf dem Zeugnis drauf. Vielleicht gerade passend zum Thema, also jede Führungskraft, die wir interviewen, darf auch eine Fragestellung an die Studierenden geben. Entweder hast du irgendetwas, wo du sagst, ah, das würde dich interessieren, also du kriegst die ganzen Ergebnisse dann auch zugeschickt. Oder alternativ würdest du sagen, ah ja, das wäre mal spannend, dieses How to work with me von den unterschiedlichen Studierenden zu erfahren, als die Mitarbeiter von morgen. Aber vielleicht hast du auch nochmal eine Fragestellung, wo du denkst, ah ja, das wäre interessant auch für euch. Also was ich immer super spannend finde, ist, warum denkt jemand, dass er für eine Führungsaufgabe geboren ist? Meine ich nicht negativ, sondern ich sehe hier in meinem Umfeld viele tolle Leute, die sich bewusst für eine Expertenkarriere entschieden haben, die gesagt haben, ich bin am besten, wenn ich mich auf ein Themenfeld konzentrieren kann, wenn meine Expertise über die Jahre und Jahrzehnte wächst und ich als Experte Wertschätzung bekomme. Und das finde ich immer ganz spannend, was treibt jemanden zu sagen, ich möchte gerne eine Führungskraft werden. Was sind so die Gründe dafür? Weil es hilft mir immer nochmal so ein bisschen auch zu verstehen, was kommt denn da für eine Generation danach? Ja, vielen, vielen Dank dafür. Gibt es von deiner Seite noch irgendetwas, wo du sagst, oh, das würdest du noch gerne so rund um das Thema Führung noch erzählen, oder dass das wichtig wäre, oder etwas, was wir jetzt im Gespräch vielleicht auch noch gar nicht angerissen haben? Was mir wirklich nochmal ganz wichtig ist, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen Feministin, ist ein Spruch, den mir eine sehr gute Kollegin zum Thema Frauen und Führung gesagt hat. Die hatte nämlich gesagt, Als Frau kannst du beides haben, Familie und Karriere. Vielleicht nicht zu allen Zeiten in der Balance, aber man muss sich selber auch zugestehen, dass es Zeiten gibt, wo man sich mehr auf das eine konzentriert und vielleicht später wieder mehr auf das andere. Und ich glaube, das ist was, wo ich vor allem an die Damen und Mädels, auch als jemand, der, wie gesagt, selbst zwei Kinder hat, selbst den Spagat zwischen Homeoffice und Büro und sehr männerdominierte Welt. Das ist teilweise wirklich hart, aber ich glaube, es ist es wert, sich auf diesem Weg zu bewegen und sich selber aber an der einen oder anderen Stelle einfach auch mal zu sagen, okay, dann bin ich halt jetzt nur die 80% Mutter, dafür bin ich jetzt die 100% Managerin, mache jetzt meinen Weg und irgendwann pendelt es sich wieder ab. Also ich glaube, da darf man sich nicht vorscheuen. Man muss sich trotzdem immer auch vor Augen halten. Es ist nicht einfach. Aber ich persönlich finde, es ist es wert. Es macht super viel Spaß. Und ja, einfach machen, wenn man sich dazu berufen fühlt. Rückschläge gibt es überall, aber wie gesagt, ich denke, es ist es wert. Und die Unternehmen können mehr taffe, coole Frauen gebrauchen. Supertolles Schlusswort. Ich danke dir. Das war, glaube ich, noch mal sehr motivierend und inspirierend und natürlich auch noch mal toll, einen Blick in so ein großes Unternehmen auch zu bekommen und auch über so Dinge zu sprechen. wie funktioniert es im Ausland und digital und so weiter führt. Und ja, dafür noch mal ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Also hat mir viel Spaß gemacht, Anna. Ich wünsche dir und den Studierenden weiterhin viel Spaß, viel Erfolg. Ist bestimmt eine ganz tolle, spannende Reihe. Und ich freue mich auch, wenn wir da im Austausch bleiben. Kopf. ficie. Merry schön. I'm good. Och nee. Och nee. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.